Und hallo und herzlich willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario 2. So, jetzt sind wir ja, haben wir den Boss gelegt und jetzt... Ein One-Up. Gut. Ja, Mario. Ja, aber ich werde das nicht genauso blöd mit den... Ja. Ja. Pum 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 M-m-m-m-m-m-m Ah! Gut. Dann durch hier. Och so, dass wieder so ein Vogel. Bei Nacht. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Komm, gibt's keine Vögel mehr? So. Ach so, den da müssen wir erwischen. Aha. Da müssen wir auf dem mittleren stehen bleiben und dann schaffen wir das auch. Okay, okay, okay. Scheiße. Noch mal. Du 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 du. La 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 la. Da 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 da. Da 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 da. Gut, haben wir zwei Münzen jetzt. Dann muss ich das über mich ergehen lassen und muss ich jetzt hier noch mal abspeichern. Da 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 da. Da 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 da. Was wir das V... äh, den Rück... äh... Das Level wohl auf der ganzen Zeit auf dem Rücken von dem Vogel verbringen. Außer jetzt vielleicht. Hm. Joa, okay. Das hat ja nix gebracht. Warte, Mama. Hier, hier, hier. Hm, 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 hm. Das ist wie doof. Oh, ja, das war doof. Kommt da ja nochmal. Das war zu tief, ein bisschen Dreck. Hm, 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 hm Scheiße! Das war jetzt doof von mir. Aber egal. Das war ich. Wir müssen uns hier nochmal runterfallen lassen, tut mir leid, aber... Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll, auf dem seinen Rücken... Aber anscheinend muss man das, ja. Das war blöd. Wieso drück ich eigentlich hier nicht nochmal drauf? Oder so. Hier hat man sowieso hingemusst. Ja, super. 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 Ja. Ja, super. So, das ist mir jetzt egal. Jetzt bleiben wir auf dem einen seinen Brücken und dann haben wir alle und ich brauche mich nicht zu ärgern. So, das ist mir egal. So, das ist mir egal. Jetzt sind wir direkt schon beim Boss, dann spreche ich ihm auch nochmal ab. So, das ist mir egal. 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 Komm. So, endlich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Nee, dem fallen wir nicht nochmal rein. Prego. Fertig, sei super de duper. Super de duper, ja. Ja. Mit Mario. Dann ist der Beste. 1, 2, 3, 4, Level. Ne, 5 Level haben wir nicht die ganzen Münzen. Ja, was soll das jetzt? Ach so. Komm mal hier lang, oder nicht? Nee. Vielleicht hat er sein können. Hm-hm-hm-hm. 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 Hm-hm-hm. Hm-hm-hm-hm. Ich wollte nochmal hier gucken, ob es das hier gibt. Ob es hier was gibt. Geht's hier weiter? Ne. So, wir haben jetzt davor gespeichert. Jetzt gucken wir nochmal nochmal hier rein und was es hier gibt. Das will ich aber nochmal gucken. Und wir haben ja nicht. Tü-tü-tü. was denn jetzt los okay es gibt wohl nur einmal keine ahnung warum dann gehen wir halt wieder zurück ist ja auch scheißegal denn keine ahnung wieso das jetzt weg war durften wohl nur einmal rein keine ahnung ja das war jetzt meine eigene doofheit aber egal ich hasse diese so ich will noch mal gucken noch einmal gucken und dann immer weiter habe mal bei einem anderen reingeguckt und habe das da gesehen aber hier ist nichts mehr außer doch gut dann gehen wir weiter scheint wohl das ende zu sein aber da habe ich jetzt keine lust wieder wieder was anzuhören zu müssen wieso kommt man denn hier nicht raus das ist es Oh, leck mich doch an, der Föße. Ja, komm. Was ist denn hier? Sind wir jetzt verkleinert worden, oder? Das kann ich ja noch gar nicht. Okay, ich kann das ganze Spiel nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Hm. 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 Mir geht das krachen, ich weiß nicht was das ist. Das passiert nur bei dem Spiel und, ja, das kann man nochmal neu leiden. Hm, 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 hm. hmm 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 Tan-Bam-Bam-Barum-Baram-Bam-Bam! Mhm. Toto? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.